Ein bisschen sieht es aus, als ob jemand auf den Panik-Button gedrückt hat hier beim DAX. Wir sehen, dass der sich noch relativ gut gehalten hat. Ich mache euch das mal groß hier. 15 Minuten Chart. Es lief noch bis in die frühen Nachmittagsstunden wunderbar, relativ harmlos. Jetzt allerdings dann ein deutlicher Rücksetzer. Ist das wirklich Drama? Naja, es ist zumindest mal relativ auffällig weit nach unten gegangen. Aber nehmen wir es mal im Moment so hin. Denn aktuell würde man wahrscheinlich noch sagen, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich wäre das Ganze durchaus in irgendeiner Form. Da kann man sich jetzt über Details nochmal streiten, aber sowas in diese Richtung aussehen. Und da kann man sagen, naja gut, vielleicht nicht mein Wunschbewegung, aber immer noch in Ordnung. Das Ganze würde eigentlich danach sogar nochmal für einen weiteren Anstieg sorgen. Dann wiederum hätten wir quasi diesen kompletten Fünffäller hier halbwegs fertig. Und zumindest mal die Voraussetzung für einen weiteren deutlichen Anstieg gegebenenfalls auch nach einer größeren Pause hier nochmal geschaffen. Also alles noch kein wirklich negatives Bild. Das Ganze dürfte sogar noch ein bisschen niedriger gehen. Denn es gibt ja auch noch die Variante, naja, ich hätte das jetzt eher so aufgefasst. Also, dass das hier schon der Anstieg ist, dass wir hier quasi in der Pause sind. Und nehmen wir mal an, dieses Bild stimmt, dann gucken wir mal, wie tief klassischerweise ein Rücksetzer geht. Und viele von euch erinnern sich, ein klassischer Rücksetzer, typischer auf so einen bullischen Markt, wäre bis zur 38.20er Marke. Da sind wir hin, das ist 15.930 circa beim Index. Kann aber auch noch runtergehen auf 15.814. Allerdings idealerweise dann möglichst korrektiv. Also nicht so, wie wir das hier jetzt haben, sondern irgendwie, dass es irgendwie noch in dieser Form vielleicht noch aussieht. Aktuell sieht es fast nicht danach aus. Also insofern ist die Vermutung sogar, dass wir gar nicht mehr tiefer gehen, sondern dass wir jetzt so bald schon einen Dreh kriegen. Ich weiß, viele schimpfen dann und sagen, naja, aber klassisch, es werden doch die Gaps immer geschlossen. Naja, das heißt ja nicht, dass es sofort geschlossen ist. Hier vorne gab es ebenfalls ein Gap. Da wird man auch sagen, naja, mal gucken, ob das noch was wird mit dem Schließen. Früher oder später vielleicht schon, aber aktuell ist es eben nicht auf der Agenda offensichtlich. Und auch hier hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis das Gap geschlossen war. Also ob dieses jetzt hier wirklich sofort geschlossen wird, ich weiß es nicht. Es wäre vom Rücksetzerniveau auch völlig in Ordnung, wenn der Kurs dann noch runter geht. Allerdings darf man eins nicht vergessen. Idealerweise sollten Korrekturen ja möglichst dreiwellig sein. Es wäre natürlich auch noch, dass das hier ein Fünfweller sozusagen wird und das quasi die komplette Korrektur ist. Naja gut, also ihr seht, da gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten. Und ich höre schon einige von euch schimpfen. Ja, das ist wieder klassisch. Es geht immer ganz vieles und man weiß es nicht genau. Ja, das ist wohl richtig. Allerdings alle Rücksetzer bis in diesem Bereich, wahrscheinlich sogar eher ein bisschen höher, sind keine Killer für den Bullenmarkt notwendigerweise. Das heißt natürlich, wenn ihr hier Intraday in kurzfristig unterwegs seid, dann ist das vielleicht was anderes. Aber für diejenigen, die jetzt etwas längerfristig unterwegs sind, sind Rücksetzer auch dieser Art. Auch eben noch ein bisschen tiefer, wenn man es nicht zwingend sein muss, nicht mehr unter diese Marke. Also ich sage jetzt mal so, Gap schließen idealerweise eigentlich nicht mehr, möglichst nicht mehr ganz das Gap schließen, also 15.862 hier beim Index, wenn ich das richtig sehe. Das wäre hier das Hoch, was wir hier an der Stelle haben. Wenn wir da nicht mehr drunter gehen, wäre das das schönere Signal. Also wenn wir da drunter gehen, dann sollten wir uns anfangen Gedanken zu machen und wenn wir die Zone hier nach unten durchstoßen, also 15.800, spätestens hier 15.733, ja dann geht es auch nochmal deutlich tiefer. Dann werden wir wahrscheinlich damit rechnen müssen, dass wir 15.600, 500 oder vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer nochmal sehen. Also da würde ich mich dann tatsächlich aus dem Fenster lehnen und sagen, also wenn wir anfangen, komm das machen wir nochmal in groß. Wenn wir anfangen, dieses Niveau hier, das ist das Zwischenhoch vom 1. Juni hier, wie gesagt 15.860, wenn wir das durchstoßen, wenn wir spätestens die 78er Marke, komm dann machen wir die nochmal korrekt hier. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Wenn wir diese Marke ebenfalls durchstoßen, 15.733, die ist jetzt nicht Millimeter genau, aber wir nehmen sie für uns, das müsst ihr jetzt nicht exakt so machen, aber irgendwo muss man da eine Grenze setzen und wir haben dafür diese Marke entschieden. Worauf ich hinaus will ist, wenn er diese mittlere Zone hier deutlich verlässt, dann ist der Anstieg vorläufig beendet und dann ist, wenn er das hier durchstößt, ziemlich typisch realistisch, dass er auch diese Marke durchstößt. Und wenn er diese durchstößt, 15.600, dann ist davon auszugehen, dass wir hier auch in diese tieferen Zonen nochmal vorgreifen, 15.500, vielleicht sogar 15.400 oder sogar noch darunter. Würde mich dann ehrlich gesagt gar nicht so sehr mehr wundern. Also ihr seht, wir haben keine Ahnung, was passiert, wir haben aber ziemlich klare Vorstellungen, an welchen Marken wir wieder abschätzen können, ob das eine oder das andere Szenario für uns das Relevante ist. Bleibt es oberhalb dieser Marke? Hier ist es aus meiner Sicht vorrangig das bullische Bild, natürlich nicht für den Intraday-Handel heute Nachmittag, aber im etwas übergeordneten, wenn der Kurs die entsprechenden Marken durchstößt, ist das ganz große bullische Bild natürlich immer noch nicht kaputt. Aber dann müssen wir eben mit einer Ausweitung nach unten nochmal rechnen und dann wird entschieden, ob der Kurs hier in dieser Zone 15.500, 15.400, 300, irgendwie sowas, ob er dann bullish dreht, ja oder nein. Bis dahin werden wir aber nochmal miteinander sprechen, das müssen wir noch nicht jetzt entscheiden. So, gucken wir mal so ein bisschen auf dem, was die Amerikaner machen und da gibt es eigentlich eine gewisse Unterscheidung zwischen dem Standardwert, hätte ich fast gesagt, dem Blue Chip Index Dow Jones. Das ist das, was ihr hier jetzt seht und wir hatten ja häufig drüber gesprochen, Schub nach oben, wackelig nach unten. Wir haben hier die Indikation ebenfalls, die sagt, naja, eigentlich könnte das doch durchaus passen. Das, was ich euch hier gezeigt habe, dieses Bild, das ist nur dieses Ende, was wir hier haben. Aber denkt dran, wir haben auch hier Schub hoch, wackelig nach unten. Das heißt, es gibt im Moment so viele Long-Indikationen aus der Chart-Technik, dass ich nicht so richtig gewillt bin, hier auf das bärische Lager zu wechseln. Wenn ich aus meiner Sicht die bullische Seite die klar bessere finde. Inzwischen haben wir sogar nochmal ein Zwischenhoch durchstoßen. Schaut es euch nochmal an. Ganz grob vereinfacht. Anstieg, Pause, Anstieg, Pause, Anstieg. Hier hatten wir Rücksetzer und ein Trigger wäre quasi ja schon diese Marke. Ein anderer wäre gegebenenfalls diese oder sogar leicht höher noch diese. Aber ihr seht, beide sind durchstoßen und dementsprechend ist meine vorzügliche Erwartungshaltung, dass das, was wir hier vorne haben, dass sich das realistischerweise nochmal wiederholt. Und dann hätten wir Ziele bei 35.000, was ist es, 35.300 in etwa. Einfach nach dem klassischen Bild, dass das, was wir nach einer Pause haben, sich wiederholt. Es ist ja, der Kurs kam von oben. Wir erinnern uns, das heißt eine realistische Chance, irgendwo da hinzukommen. Aber das ist noch nicht alles 35.300. Ich halte es für sehr, sehr realistisch, dass wir die ansteuern. Allerdings passt das ja auch in das übergeordnete Bild. Und da haben wir ja die gleiche Methode, nur auf der größeren Ebene mit 38.200 oder wie viel auch immer. Also mit Potenzial nach oben. Also ihr seht, aktuell ist der Dow Jones eigentlich, wie ich finde, in einem sehr bullischen Bild, in einem sehr bullischen Umfeld, dass er jetzt hier intraday ein bisschen runterkommt. Das soll uns noch nicht stören. Aus meiner Sicht eine ganz normale Korrekturbewegung aktuell. Also mich würde das nicht wundern, ehrlich gesagt, nachdem wir hier vorne hochgegangen sind, hier die Pause hatten, jetzt hier wieder hochgegangen sind, dass wir vielleicht jetzt schon, eigentlich würde ich vom Pattern her wahrscheinlich sogar noch mal erwarten, erst noch mal so ein bisschen hochgehen. Also irgendwie so eine Pausensituation haben, vielleicht ähnlich wie das, was wir hier haben. Im schlimmsten Fall ähnlich das, was wir hier haben. Daraus lässt sich was ableiten, nämlich kein Besser, kein Unterschreiten dieser Marke. Die ist bei 33.300, naja, circa 33. Also das können wir uns mal so ungefähr mal vormerken. Da sollte der Kurs idealerweise nicht mehr drunter gehen, das Hoch vom Ende Mai. Das wäre herzallerliebst, wenn der Kurs da nicht mehr nach unten durchfällt. Das wäre dann nämlich tatsächlich gar nicht so ein tolles Zeichen. Solange er oberhalb bleibt, ist es aus meiner Sicht ein ganz klar bullisches Signal. Vorläufig zumindest mal oben bleibt. Später kann man auch mal über eine Überschneidung nachdenken. Aber aktuell eben nicht. Denn das, was wir hier haben, aus meiner Sicht, wäre jetzt so ziemlich der Anfang. Zum Beispiel erste Welle, zweite Welle, dritte, vielleicht jetzt gerade vierte oder kommt bald die vierte und dann die fünfte. Also ihr seht, dieses Verhaltensmuster ist absolut noch konform. Erst dieses Unterschreiten dieser Marke, Ende Mai, dieser Hochmarke, ganz grob merken, 33.333. Das wäre etwas, was man da im Hinterkopf haben sollte. Also bullisches Bild bei den Blue Chips. Naja, wir müssen eigentlich kaum über den S&P reden. Auch wenn ich hier echte Schwierigkeiten habe, im Großen das so richtig schön aufzulösen. Aber was wir mal machen, es gab jetzt hier auch keine echten Short-Signale. Also nur hier anfänglich vielleicht noch. Also in dem oberen Bereich. Und da hätte man es ja auch noch nutzen können. Aber insgesamt immer noch der Zug nach oben. Also ihr seht, dass die Marktteilnehmer einfach keinen Bock haben auf abwärts. Also es sieht nach bullisch aus. Ich weiß, es gibt viele gute Argumente, warum der Markt endlich mal nach unten gehen müsste. Und manch einer wünscht sich das möglicherweise auch. Aber was nützt es mir, wenn man gute Gründe hat? Was nützt es, wenn man es sich wünscht? Das Einzige ist, was zählt. Was machen die Marktteilnehmer? Dann mache ich da halt mit. Und die Marktteilnehmer kaufen im Moment. Und auch kleinere Rücksetzer, wenn wir sie mal haben, sind nicht einladend, um hier Short-Positionen zu eröffnen. Das heißt, meine Skizze, die ich hier habe, kann ich getrost erst mal wegnehmen. Mit der kann ich im Moment zumindest mal nichts mehr anfangen. Wir lassen ihn jetzt einfach gewähren. Wer long ist, bleibe long und zieht seinen Stop einfach hinterher. Ich glaube, das ist aktuell das Sinnvollste. Und so machen wir es auch bei vielen Einzelaktien, die wir haben. Also wir haben eine ganze Reihe Long-Positionen, wo wir einfach dann weiterlaufen lassen, weiterlaufen lassen. Aber wir haben auch ein paar Shorts, die wir immer mal dagegen setzen, wenn wir getriggert werden. Und da fliegt man dann halt zwischendurch mal raus. Das kann durchaus passieren. Dann hat man aber ein bisschen eine Absicherung fürs Depot gehabt, für den Fall, dass der Markt massiv dreht. Na gut, also das sieht im Moment nicht danach aus. Auch der Nasdaq sieht überhaupt nicht nach Drehen aus. Immer noch ein Anstieg. Er hat nicht mal mehr hier so seine Minimum-Bewegung hier nach unten gemacht. Nichtsdestotrotz, wir müssen früher oder später damit rechnen oder darüber nachdenken, dass ein Rücksetzer irgendwie dieser Art passiert wieder. Also ausschließen dürft ihr das nicht. Wenn euch das stören würde, braucht ihr enge Stops. Dann solltet ihr den Stop so setzen, dass ihr sagt, nee, wenn ihr jetzt wirklich eine Pause macht, dann fliege ich halt raus, muss ich halt wieder einsteigen. Wenn ihr sagt, das ist mir zu viel Heckmack, das will ich nicht. Das will ich nicht. Dann solltet ihr Pausen in dieser Größenordnung so halbwegs mit einplanen. Also das muss nicht millimetergenau das Gleiche sein, aber es sollte ungefähr die gleiche Liga spielen. Wir haben jetzt seit der Messung, ich hatte das gemessen, hier auf dem alten Hochpunkt, inzwischen sind wir ein bisschen höher. Ich könnte theoretisch die Messungen jetzt neu machen, aber das ändert sich jetzt nicht so arg viel. Also ich sage mal 14.200 sollte man auf jeden Fall gedanklich erlauben und zur Not auch nochmal 13.900, wahrscheinlich eher die 14.000er Marke. Wenn er anfängt zu drehen, können wir das Bild neu zeichnen. Aktuell macht es noch keinen Sinn, weil in einer Viertelstunde müssen wir es wieder neu machen. Solange er neue Hochs macht, bringt das noch nicht so arg viel. Also auch hier der Index, wie gesagt, alles im bullischen Modus. Wir haben es eingeschätzt ja vor kurzem schon, dass wir gesagt haben, dieses Hoch hier öffnet eigentlich das Türchen, dass diese Korrektur zu Ende ist, die wir hier in der Abwärtsseite in 2022 hatten, dass die zu Ende ist und dass wir jetzt eigentlich auch beim Nasdaq hier auf neue Allzeithochs drauf zusteuern. Es sieht danach aus, als ob die Marktteilnehmer das auch so planen und überhaupt nichts Böses ahnen. So und zum Abschluss vielleicht nochmal, bevor ihr jetzt total begeistert seid und habt gesagt, ich habe es immer gewusst, es kann nur nach oben gehen. Es gibt aktuell keinen Anlass für die Short-Seite. Aber, das ist mir ganz wichtig, ich bin kein Unkenrufer, ich bin auch keiner und die Welt ist alles schlecht oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich bin eher ein positiver Mensch. Aber trotz alledem niemals hyperventilieren, niemals denken, nee, das kann ja auch gar nicht anders. Das kann schon in einer Stunde komplett anders aussehen, wenn irgendwie was Doofes passiert auf der Welt oder irgendeiner erschreckt oder irgendein automatisches System, irgendein anderes System triggert und dann kippt der Markt weg und ist ruckzuck auf dem Weg nach unten. Das heißt, bei aller Begeisterung und echten Anzeichen für einen stabilen und ausgeprägten Bullenmarkt, der noch viel Platz nach oben hat, rechnet immer damit, dass das passieren kann. Im Moment sehen wir es nicht, deshalb müsst ihr euch überlegen, ob ihr oder wie ihr eure Position absichert. Stopps ist etwas, was wir machen, das ist nicht immer das Beste, man kann es auch anders sagen, dass man sagt, ich lasse die Position laufen, aber kaufe mir hin und wieder einfach mal Optionen oder Optionsscheinen dagegen, der verfällt dann, aber das ist quasi wie eine Versicherung für meine Position. Das kann man machen, das ist manchmal mühsam, manche einer ärgert sich drüber, aber dann könnt ihr immer ruhig schlafen. Das müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr so ein Instrument wählt, ob ihr lieber einen Stopp wählt. Ein Stopp kostet normalerweise eben keine Gebühren. Wenn ihr jetzt einen Optionsschein oder eine Option dagegen kauft, dann habt ihr ja eventuell den Verlust aus dieser Versicherung. Auf der anderen Seite, ein Stopp kann euch mal rausholen und dann müsst ihr halt wieder rein. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen aktiver da sein. Da gibt es nicht das perfekte Hilfsmittel. Aber tut euch selber eingefallen und geht niemals davon aus, das kann ja auch gar nicht anders, ich habe es immer gewusst, ich gehe jetzt all in, alles auf die Long-Seite. So, jetzt hoffe ich, dass nicht jemand hier hingespult hat und gesagt hat, er hat das auch gesagt. Nein, also ich glaube, wenn ihr das schon ein bisschen länger verfolgt, wüsst ihr in etwa, wovon ich rede und könnt es ein wenig einschätzen, wie ich die Situation sehe. So, jetzt wünsche ich allen einen erfolgreichen Handelsnachmittag, Abend oder eine erfolgreiche Handelswoche. Euch an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.